Last Christmas, I give you my heart. Ja, ich glaube, es ist eine dunkle Zeit, es wird dunkler, es wird kälter, die Leute ziehen sich zurück, man trifft sich nicht mehr auf den Platz, du bist mehr gegen innen, mehr mit dir. Und irgendwie kommen halt die Sachen, die man sich immer fragt, oder die man sich eben nie gefragt hat. Und dann sieht man sich so mal, okay, ein bisschen Frieden, das wäre noch, innerer Frieden wäre noch schön. We're a little talking, we're a little laughter, we can build, we can share a world. Ich meine, das ist ja das, was ich in die Gesellschaft geben kann. Das ist ja das, was mir einfach Licht fällt und da teste ich es ja aus. Ich teste es mit dem Publikum aus, ob das Publikum irgendwie mit reinkommt oder nicht. Und dann fange ich es an zu merken, ist das wirklich etwas, habe ich etwas zu sagen oder nicht. And the lines that you wrote never came through to me and nothing you could. Music Loved. Entdeck neue Schweizer Musik. Musicloved.ch